Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hans Showdown. Ich war mit der lieben Sonja und der Tina auf der neuen Map unterwegs. Wir hatten eine super spannende Runde in einem Compound, den wir sehr, sehr mögen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, würde mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen, ein Like wäre sensationell und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Hat rein viel Spaß. Ich habe mir ein paar Heidelbeeren geholt. Ui, aus dem Garten? Nee. Komm, Rewe. Oh, nice. Nein, jetzt reagiert die. Was ist die denn? Habt ihr geschossen? Nee. Nee. Church? Mhm. Habt ihr gelernt, dass die Berliner Luft auch gendern wollen? Das heißt jetzt Berliner Innenluft? Die sind verarscht uns. Nein. Oh Mann, ey. Ist echt so. Oh nein, ich habe keine Ausdauer. Noch ein paar? Oho. Noch ein? Säckchen. Ich hoffe auf Forked. Ich auch. Und nicht auf Reeves, da habe ich gar keinen Bock drauf. Alles andere ist okay. Ja. Nur eine Hals. Oh nein, es ist rot. Die machen den schon. Aber ich brauche doch den Meathead. Ist gar keiner. Hast du einen? Nein. Hier unten sind Punkte. Ja man, ich treffe den Zombie nicht. Nein. Nein, hier unten ist einer bei mir. Oben auch. Und der Ass hat gesagt, geh weg. Ich wollte doch nur an die Uni. Da war er drin oder was? Mhm. Hier unten ist eine Kasse. Hab einen, da ist noch einer. Hab ihn auch. Schön. Noch rot. Hab einen. Schön. Sag, wo denn? Im Moment weiß. Äh, hier unten. Ja. Sollen wir mit... Ich habe eine Lampe. Ich komme hier aber nicht rein. Ich müsste zu dir kommen. Hm? Mhm. Oh, hier sind so viele Lampen. Guck dir das an. Ich habe es gesehen, ja. Ja. Hier ist Gift aufpassen auf der Treppe. Mhm. Oh. Wollte ich gar nicht. Nice. War noch weiß? Ja. Einer brennt, kann das sein? Weiß ich nicht. Ach nee, das ist unten das Feuer. Guck mal, wie schön ich die Lampe da hingeworfen habe. Als ob sie da hingehört. Das stimmt. Komm, wir müssen alle da oben jetzt aufreihen. Ja, komm. Äh, wie mache ich die nochmal aus mit X? Ja. Ah! Oh! Ah, nicht perfekt, aber sie sitzt. Oh! Ha! Ah! Meine ist gut. Wo sind die? Die sind doch rausgeflogen. Ja, guck mal. Nein, nein. Guck mal. Spring. Ach Gott. Vor das Fenster gestellt. Oh, jetzt kommt meine. Tina, du kannst es nicht. Ich weiß. Mit Gefühl. Ich habe keine Gefühle. Ähm. Doch. Sag mal. Das war ich nicht. Nee, der schießt es. Was? Du schießt es. Ach so. Ich dachte, der schießt es. Ich habe schüsselt verstanden. Er schüsselt. Er schüsselt und nüsselt. Tina, du würfst sie zu lieb. Guck mal, die hasst dich mit allen Dings. Die hat sich... Guck mal, du musst hier weiter hochziehen. Ja, ich probiere ja noch. Hey. Ich glaube, da kommen welche. Wir sollen uns jetzt nicht stürmen. Lampenparty hier. Tja. Siehst du? Ich habe es auch hingestellt. Du schaffst das. Oh. Okay. Wie? Immer liebe Spielverderber. Was hat das mal aus für heute? Hm. Einfach vergessen auszumachen. Ach, Mann. Ja. Einmal mit Profis. Hier ist noch eine. Ja, da kommen welche. Ja, drei Stück. Nate. Da kommt schon die erste Nate. Uiuiuiuiui. Der vom Böde fällt. Uiuiuiuiuiui. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Das habe ich nicht gehört. Jan, mach die Tür zu. Nein. Zieht. Ich frag gleich, wo ist meine Mama? Ob sie die gesehen haben? Ne. Wo? 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 Natürlich! Bei uns. Einer hinten außen. Ach da, okay. Nein. Der eine ist unter uns. Teure? Ja. Ja. Oh, die hat aber meine Tür aufgesprengt, du. Mein lieber Mann. Er hat unter uns fallen hinsetzt. Genau unter mir. Da. Ja. Oh, 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 oh. Wieso hat denn in letzter Zeit jeder Gift dabei? Ist unfassbar, oder? Jeder spielt diese kleine Gift-Scheiße. Und? 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 Zwei auf Norden, einer oben, einer unten, der andere Nordwesten. Hab einen. Einer tot. Was soll ich nur machen mit Muni, die nicht durch die Wand geht? Da würde ich keine Kills machen. Einer hat Hit. Hab ihn. Nice. Wo ist der letzte? Nordwesten. Ja, genau hier oben drauf. Der hebt den. Genau hier oben drauf? Auf der Treppe. Auf der Treppe. Hat Hit? Nochmal Hit, aber nur leicht. Und nochmal Hit. Und ich kann nicht mehr pieken, ihr müsst ihn holen. Der ist ultra low. Nein. Hier hinterm Boot. Ja, ist klar. Hab ihn. Oh, nice. Vorsicht. Schon am Boot. Boot, nana. Lootet den mal. Er looted. Ich hab Gaia. Oh. Komm ich. Das ist gut. Aber es fehlt nur ein Team, ne? Ne, warte mal. Hier oben liegt. Sind sechs Mann. Ne, warte mal. Zwo. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Hier hinten liegt noch der Kane. Ach so. Und ein Trade. Necro. Wo hab ich den denn? Hier. Liegt auch noch einer. Ah, dann sind es acht. Necro hab ich schon. Sonja, du? Aber auch schon. Ah, nice. Ah, ist doch weg. Ich glaube, dann fehlt eigentlich nur noch einer. Hm. Stanley oben raus. Ähm. Stanley oben raus. Ne, Quatsch. Moses raus? Ja. Ja. Ja, mit Team 1 hatten wir überhaupt nichts am Hut. Ne. Ja, das mit der Lampe muss Tina nochmal üben. Das klappt noch nicht so ganz. Ähm, ich hab noch keinen Namen für die Runde, aber ich denke, ich nenne sie Lampenparty, weil Tina das da einmal gesagt hat. Ich glaube, Tina war es. Oder Sonja, ich weiß es nicht. Ähm, war aber eine ganz geile Runde, wie ich fand. Die haben wir gestern im Stream gespielt und ähm, ich hab noch eine sensationelle Runde von gestern vom Stream. Ähm, da hatte ich auch überlegt, die zu schneiden, aber das war wieder eine Afterrunde und ich habe ja gestern erst eine Afterrunde, glaube ich, gehabt. Und deswegen, ähm, seht ihr die irgendwann in den nächsten Tage. Ich, ähm, muss sowieso mal gucken, ähm, ob ich noch genug zum schneiden habe. Mir gehen nämlich so langsam die Videos aus. In letzter Zeit, jetzt läuft es wieder besser, aber in letzter Zeit lief es überhaupt nicht. Ähm, daher ist es immer schwierig, jeden Tag ein gutes Video zu haben. Also ich will ja nicht irgendeinen Scheiß hochladen. Das muss ja schon in irgendeiner Form lustig, spannend oder actionreich sein. Und, ähm, das ist dann immer schwierig. Also wundert euch nicht, wenn mal an einem Tag kein Video kommt, ähm, aber ich versuche das zu vermeiden. Ich habe noch ein paar ganz alte Aufnahmen, die werde ich, denke ich, auch mal irgendwann mal schneiden. Muss ich mal gucken. Kriege ich hin. Wenn nicht, ich habe mir gerade überlegt, wenn nicht, ähm, können wir auch ein React oder so machen, wenn mal wirklich gar nichts da ist. Oder die Handabenteuer, die müssten demnächst auch wieder kommen. So, ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. Bin heute Mittag ab 14 Uhr wieder on auf Twitch. Würde mich sehr, sehr freuen, euch zu sehen. 1049.de, wie hier heißt sich dort, ähm, ganz leicht zu finden. Könnt ihr auch einfach nur 1049 eingeben. Dann habt ihr mich direkt oben an erster Stelle. Ähm, unser Team-Swig ist unten verlinkt. Das hat mir Game.de extra für euch zur Verfügung gestellt. Könnt ihr jederzeit nutzen. Könnt auch Game.de gerne mal besuchen. Gerade, wenn ihr selber Team-Swig machen wollt. Rootserver, Game-Server, Web-Server, etc. So, seid an einer super Adresse. Ich kenne das mega auswendig. Holy Energy ist unten verlinkt. Eine gesunde Alternative zu Red Bull Monster. Kein Zucker, kein Scheiß, nur natürliche Inhaltsstoffe. Guckt es euch mal an. Unten der Link und zwei Rabattcodes. Unser Discord ist unten verlinkt. Und jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Haut rein. Tschüss. Tschüss würde. Sch EHR auf. Schmerzhaus. Schmerz.